Ich bedanke mich, dass Sie im Namen des Landkreises und im Namen des Kleeblattes so gute Worte gefunden haben. Das macht uns gut, dass wir glauben, dass die Unterstützung durch beide weitergeht. Wir haben ja auch vom Kleeblatt schon die Zusage, dass die Finanzierung für drei Jahre gesichert ist. Das ist toll und dafür danken wir auch nochmal. Also haben Sie überhaupt schon gesehen, wie er sich geschmückt hat heute? Also mal einen Applaus für die Natur. Das habe ich von meinem kleinen fünfjährigen Patentip beschenkt bekommen, an der Sicht der Premiere. Das sind ganz heilige Blumen jetzt. Also, unser erster Dank gilt dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg für die großzügige Förderung. Wir danken dem Landkreis OPR sowie dem Kulturausschuss des Landkreises sowie dem Landkreis Prignitz, der erstmals die Fördersteller-Festspiele unterstützt. Unser Dank gilt der Kleeblatt-Region, die gemeinsam dieses wichtige kulturelle Projekt unterstützt. Das ist Bremse. Und diese für drei Jahre zugesagt. Ich hatte gerade einen Stich in der Bremse. Wir machen jetzt folgendes. Ich lasse dir den ganzen Text. Nein, los, ich mach weiter. Nein, ich kann das nicht. Ich habe schon genug Text. Mach du mal gleich. Soll ich wirklich? Ja. Also, okay. Vor allem danken wir Frau Görke aus Küblitz, Herrn Freimack aus Dunkeln, Herrn Blank aus Wusterhausen und Herrn Amtsdirektor Fuchs aus Neustadt. Der Stadt, die die Schöller-Festspiele stellvertretend für das Kleeblatt organisiert und ausrichtet. Sowie den Gemeindevertretern der Kleeblatt-Region. Wir danken der Sparkasse OPR, die unser Festival großzügig unterstützt. Vielen Dank an die Vorstände, Herrn Rück, Herrn Osterberg, sowie die Sparkasse Tregnitz, Herrn Zunke für die Unterstützung des Theatermobils in Dämmer-Team. Wir freuen uns, dass sich über das Kleeblatt beide Landkreise an den Schöller-Festspielen beteiligen. Wir danken der Dr. Wolfgang Neubert Stiftung in diesem Jahr wieder eine wichtige Förderung für die Festspiele. Wir danken den KMG-Kliniken, dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Eschmann und Frau Möller vom Klinikum Küblitz für die großzügige Unterstützung und langfristige Partnerschaft. Wir danken Lotto Brandenburg für erstmalige Unterstützung der Schöller-Festspiele und Frau Schumann von der Post- und Lottostelle Neustadt, die diese Unterstützung vermittelt hat. Dank an den Generalintendant Martin Schüler vom Staatstheater Cottbus für Leihgaben und Partnerschaft. Dank an die neuen Bühne Senftenberg bedanken den Intendanten Manuel Soubiran, der Verwaltungsleiterin Frau Mahl, dem technischen Direktor Axel Tonn. Dank an den Neustädter Gestüten. Ein Awww. Kleine freundlich entgegenkommenden hilfsbereiten Mitarbeitern und Dank insbesondere an die Geschäftsführerin Ebert, Herrn Kirsch und Herrn Menge und allen Helferinnen und Helfern des Gestüts. Applaus Wir danken der Firma Pfeffermann, speziell Herrn von Schwander und Herrn Leick für die großzügige Unterstützung für unser Theatermobile, unter anderem durch die Bereitstellung eines Tiefladers der Firma Wasserbau Wusterhaus. Applaus Wir danken den Otto aus Kölnkraft Neuropin GmbH der Familie Heidrich für die Unterstützung. Applaus Da ist die Feldecke. Frau Heidrich, können Sie mal aufstehen? Stehen Sie mal auf, los, hoch mit Ihnen! Frau Heidrich, aufstehen! Applaus Applaus Oh ja, wir schmeißen noch mal! Also schmeiß mal zu Heidrich! Applaus Wir danken dem Internet zu Schloss Spiegelberg, RBB Antenne Brandenburg, Ardisch Entsorgung und Recycling GmbH, B&S Landtechnik, der Bäckerei Vollkern, der Bäckerei Armster, Bosch Service Schumann Küritz, Mühlenhof Wusterhausen. Wir danken Jens Heidrich von der Fliesen GmbH Zernitz. Applaus Applaus Wir danken Thomas Grimm Zernitz. Wir danken Heidrich. Ach du doch mal, wenn ihr alle sitzen. Wenn ihr alle sitzen könnt. Wir können ruhig mal aufstehen, ihr kleinen Fliesenjäger hier. Applaus Ich wollte noch eine bei mir. Kannst du auch Kacheln? Applaus Wir danken Sie ganz schön und massiv aus. Applaus Wir danken Herrn Heiko Bremer vom Haupt- und Landgestüt, Familie Heidrich aus Zernitz, der Dorfgemeinschaft Zernitz für das zur Verfügung stellen von Zelten und deren Aufbau. Das hat nämlich gestern stattgefunden. Das war eine wahnsinnige Arbeit und das alles freiwillig. Und dazu hat Alexander Bleik seins auch noch getan. Ach so, da kommt das ist wieder eine hohe Studie. Applaus Berlin, dem Küchenstudio Pauli, der Grimm-Schornstein-Technik GmbH-Friesack. Applaus Applaus Also wir danken der Familie Pötzschokat und dem jungen dynamischen Flyer-Verteiler-Team aus Neustadt-Dosse und Umgebung. Frau Roll Köppenrück Applaus 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 R structures Vielen Dank.